Willkommen zum Türchen 2 von dem Adventskalender im November. Für die Kosmetiktasche habe ich jetzt zweimal Außenstoff, zweimal Innenstoff und zwei Bügelvlies. Den bügel ich jetzt als erstes an den Außenstoff dran. Dann habe ich mir einen Endlosreißverschluss abgeschnitten, einen Schieber habe ich hier und dann habe ich hier noch so ein Label. Der Reißverschluss sollte mindestens so lang sein wie eure gewünschte Tasche. Ich habe den Reißverschluss etwas länger abgeschnitten, damit ich einfach hier etwas mehr Spielraum habe, wenn ich jetzt den Schieber drauf fiedle. Die Maße sind bei mir 25 cm x 15 cm. Hier seid ihr aber frei, je nachdem wie groß ihr die Kosmetiktasche haben möchtet. Als erstes bügele ich jetzt mein Bügelvlies auf den Außenstoff und dann geht es weiter. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich so einen Schieber auf den Endlosreißverschluss drauf bekomme. Und zwar habe ich hier etwas abgeschnitten. Das schiebe ich hier rein. Dann nehme ich mir die zweite Hälfte davon. Ich hebe es auch ein Stück rein. Dann halte ich hier fest und schon geht der Reißverschluss rein. Und so sieht es dann am Ende aus. Das schneide ich dann weg und hier gleiche ich dann auch aus. Deswegen habe ich den Reißverschluss etwas länger gelassen, so dass ich die beiden Seiten ausgleichen kann. Mein Bügelvlies habe ich jetzt hier drauf gebügelt. Und jetzt möchte ich als erstes diesen kleinen Label dran nähen, damit ich es einfach jetzt einfach habe. Also nachher, wenn die Tasche dann fertig genäht ist, ist es etwas schwierig und von innen sieht man die Nähte. Also nähe ich das jetzt als erstes hier am Außenstoff an. Nun nehme ich mir meinen Reißverschluss und lege es mit den Zähnchen zu meinem Außenstoff hin, hier drauf an die Kante. Dann nehme ich mir meinen Futterstoff und lege es auch rechts auf rechts hier an. Schau, dass alles schön anliegt hier an der Kante und stecke es einmal fest. Hier schauen, dass wirklich alles sauber aufeinander liegt. Und nun steppe ich es mit einem Reißverschlussfüßchen und mit einem Geradstich hier einmal an der Kante an. Und zwar mit einer Nahtzugabe von einem Zentimeter. Ich habe das Reißverschlussfüßchen so eingestellt, dass die Nadel auf der linken Seite näht, näher an den Zähnchen entlang. Hier, wenn man merkt, da kommt der Schieber, lässt man die Nadel stecken, hebt das Füßchen an und schiebt den Schieber nach hinten durch. So ist der Schieber nicht mehr im Weg und man kann normal weiter nähen. Die eine Seite ist jetzt festgenäht. Jetzt klappe ich das Ganze auseinander. Und bügele es einmal hier fest, sodass alles schön glatt und ordentlich liegt. Und damit der Reißverschluss ohne Probleme immer auf und zu geht, steppe ich es hier knappkantig mit einem Geradstich ab. Dafür nehme ich jetzt wieder das Reißverschlussfüßchen und nehme hier die Kante des Reißverschlussfüßchens. Hier als Orientierung für die Kante, an der ich nähen werde. Jetzt nehme ich mir meinen zweiten Außenstoff, lege hier den fertigen Reißverschluss drauf, also Außenstoff auf Außenstoff. Und den Reißverschluss lege ich hier an die Kante hin und schaue, dass hier auch die Kanten schön zusammenliegen. Und nun nehme ich mir meinen Futterstoff, das zweite, und lege es rechts auf rechts hier drauf. Schaue auch, dass alle Kanten schön ordentlich zusammenliegen. Stecke es hier fest. Nun steppe ich es genauso mit einem Geradstich hier entlang fest. Abgesteppt habe ich es. Jetzt klappe ich das Ganze wieder auf, bügele es und steppe hier die äußere Kante nochmal ab. So, schaut die Tasche schon mal aus. Jetzt legt man das folgendermaßen zusammen, und zwar Außenstoff zum Außenstoff und Innenstoff zum Innenstoff. Ich stecke das zusammen. Schaue, dass der Reißverschluss etwas offen ist, damit ich das auch nachher wenden kann. Hier in diesem Bereich auf dem Innenstoff lasse ich eine Wendeöffnung, und zwar ungefähr 8 cm. Nun steppe ich das Außenrum einmal fest. Und zwar fange ich hier an, wo meine Wendeöffnung beginnt. Einmal rum. Hier aufpassen, wo die Zähnchen sind, dass man hier langsam näht und nicht die Nadel abbricht. Einmal hier rum. Und bis hierher, wo dann meine Wendeöffnung ist. Außenrum habe ich das Ganze festgenäht. Jetzt schneide ich die Ecken etwas zurück, damit die Ecken auch nach den Wänden schön aussehen. Und hier den Reißverschluss kann man auch kürzen. So, jetzt wende ich das Ganze hier durch die Wendeöffnung. Hier ist auf jeden Fall wichtig, dass man den Reißverschluss etwas geöffnet lässt. Sonst kriegt man die Tasche nicht mehr gewendet. Die Wendeöffnung hier im Innenstoff schließe ich hier mit einem Geradstich. Die Tasche ist nun komplett fertig und kann verschenkt werden. So, meine Lieben, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, die Näheanleitung hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da und gerne einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.